Perry probiert kochen. Als allererstes probiert Perry heute ein Brot zu kochen. Oh, wir haben ja gar kein Mehl mehr. Mal schauen, ob im Mülleimer noch etwas drin ist. Und das Brot ist fertig. Als nächstes macht Perry sich Eier. Schauen wir mal im Kühlschrank, ob wir noch ein paar Eier da haben. Hm, leider nein. Aber ich weiß, wo ich welche herbekomme. Ich kenne da jemanden, der immer Eier zu Hause hat. Und zwar unser guter Freund Doofenschmitz. Der legt pro Nacht mindestens sieben Eier. Zu Hause angekommen, kochen wir erstmal unser... Ei? Monsieur, das Essen ist angerichtet. Und zum Nachtisch gibt es ein Abo.